Der Sensor PS30 beinhaltet einen Webserver mit der Konfigurationssoftware SOPAS Air. In diesem Tutorial werden die Möglichkeiten zum Einlernen eines Etiketts, dem sogenannten Teach-In mit SOPAS Air, vorgestellt. Hierzu wird wieder der PS30 Musterkoffer verwendet. Ebenso ist der Sensor über ein Ethernet-Kabel zur Visualisierung der Daten in SOPAS Air an einem PC angeschlossen. Um SOPAS Air aufzurufen, öffnet man zunächst einen Standard-Browser. Als URL wird die IP-Adresse des Sensors eingegeben. Diese ist in der Grundeinstellung 192.168.100.100. Der PS30 hat einen Webserver, auf dem die Bediensoftware SOPAS Air bereitgestellt wird. Diese öffnet sich nun automatisch im Internet-Browser. Die generelle Menüführung und die Möglichkeiten zur Konfiguration und Diagnose am Sensor wurden in einem separaten Tutorial vorgestellt. In diesem Tutorial wird nun auf das Vorgehen beim Einlernen eines Labels eingegangen. Hierzu geht man direkt in das Bedienmenü Teach-In. Über das Schlosssymbol wird die Bildschirmsperre an der Oberfläche deaktiviert. Der Sensor blickt an der Walze ungefähr auf den Beginn des Etiketts. Eine allzu genaue Positionierung ist nicht notwendig, da sich der Schaltpunkt später am Teach-In-Bild verschieben lässt. Die Länge des Etiketts wird in unserem Fall mit 145 mm angegeben und der Start-Teach-Button geklickt. Gleichzeitig beginnt man die Walze zu drehen. Bereits nach einem Durchlaufen des Etiketts beginnt der Sensor die Bilddaten zu verarbeiten und das Teach-In-Bild wird visualisiert. Bis zum Beginn der stabilen Schaltdurchgänge sind einige weitere Umdrehungen notwendig. Sobald das Symbol des sich drehenden Files erlischt, ist der Teach-In abgeschlossen und der Sensor liefert ein Schaltsignal. Durch Aktivieren der Checkboxen Offset oder Blanking können diese aktiviert werden. Zum Einstellen einer Offset-Schaltpunktverschiebung wird eine grüne Linie angezeigt, welche mit der Maus verschoben werden kann. In der Betriebsart Einzelobjekt kann der Schaltpunkt nur in den Bereich nach dem Etikett verschoben werden. In der Betriebsart Endlosmaterial kann jede Linie innerhalb des Labels definiert werden. Sobald die Linie platziert ist, ist der Offset aktiv. Ganz ähnlich lassen sich mit Blanking Ausblendbereiche definieren. Hierbei können bis zu zwei Bereiche definiert werden. Beispielhaft werden die Bereiche 20 bis 40 mm und 60 bis 90 mm definiert. Ähnlich kann dies mit vertikalen Bereichen im oberen oder unteren Bereich des Labels vorgenommen werden. Zum Aktivieren dieser Bereiche wird der Button Recompute Teach geklickt und das Label wieder einige Male am Sensor vorbei bewegt. Sobald das Symbol des sich drehenden Files erlischt, ist der neu berechnete Teach-In abgeschlossen und der Sensor liefert wieder ein Schaltsignal unter Berücksichtigung des Blankings und des Offsets. Sobald das Symbol des Blankings und des Blankings und des Blankings und des Blankings, ist der neu betriebsend von der Leuchten der Barschallin. Sobald das Symbol des Blankings-Denbussens ist die Träger und der Leuchten des Blankings-Denbussens ist die Neue-Denbussens.